Yo und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Nets of Pen & Paper Und dieses Mal spielen wir das DLC, da wir letztes Mal die Kampagne durchgespielt haben Ment Okay Ich könnte hier auch noch auf das New Game Plus stellen, aber darauf habe ich jetzt keine Lust Also, dann Auf auf Nach einer langen Reise kommt ihr an einem großen wirbelnden Portal an Davor zieht eine Gruppe transparenter, gerade verängstigte Leute in Richtung des Portals Leute Oh je, wir müssen diese Leute retten Oh ja und hier sind ein paar auf Level 40, weil ich die mit XP-Tränken noch ein bisschen hochgehauen habe Und nein, ich finde es nicht moralisch verwerflich Nur weil da die anderen beiden hier nicht auf Level 40 sind Wir brauchen nur noch einen Trank Also Ja, drei Gruppen XP Cool Zahncremetube Lasst uns die Nacht durchspielen Als sie eure großen Talent bemerken, wirft sich eine zweite Level-Monster zusammen Mit den Leuten, die ihr retten wolltet in den Riss Den Feigling-Knopf haben sie auch, wir müssen sie kriegen Wir gehen näher an den Riss, um herauszufinden, was das alles bedeutet Wo ist dann? War nicht mal so durchsichtig Ja, Transparente Willkommen auf der anderen Seite des Risses der Anderwelt Ähm, wir haben uns noch nicht bewegt, oder? Portal-Magie-Kollegi hat sich ordentlich weiterentwickelt, weshalb Übergänge mittlerweile recht glatt ablaufen Und bevor ihr fragt Der Luftzug, der durch den, äh, Flüchtling-Monster erzeug wurde, hat euch durch den Riss gezogen Das ist eine ordentliche Geschwindigkeit Der Rest der Transparenten-Volkes wartet auf euch Kämpfen, sieben Transparente Und ja, ich wollte ja auch, dass die jetzt hier mit so einer anderen Gruppe anfangen, aber die waren irgendwo, die waren dann letzten Endes auf Level 25, ich hab zwei gemacht und dann, äh, naja, hätte ich noch ein bisschen rumtun müssen, aber... Das wollte ich letzten Endes doch nicht Denn warum sollte ich mit der einen Gruppe spielen, wenn ich mit der noch zu Ende spielen kann Kaffee-Pot Plusfünsch Magie Wir sind bei Tag 1009 So machen wir das in der Papierwelt Die Leute, die ihr gerettet habt, rennen durch den Riff zurück in ihre eigene Welt Jawohl, rennt nur weg, ihr braucht euch nicht bei uns zu bedanken Hurra, sie sind gerettet Und somit sind die anderen auch schon auf Stufe 40 Bösartige Kurvis Ihr seht eine lange Schlange, die darauf wartet, durch den Riff zu schreiten Oh je, wir müssen etwas tun, bevor sie die Tore für immer aufreißen Lasst uns jemanden finden, der uns mit Gold belohnt, weil wir die Welt gerettet haben Wir versammeln uns hier schon seit der letzten Ankündigung von letzter Woche Ich hoffe, sie enthüllen bald das Veröffentlichungsdatum, denn ich kann es nicht erwarten, endlich nach Papierwelt zu kommen Ihr seht weitere Leute, die durch den Riff in diese neue, merkwürdige Welt gezogen werden Schaut, sie verteilen kostenlose Proben Wir müssen diese armen Leute retten Person, könnt ihr uns vor den Monster retten Aber bevor ich das tue, werde ich erstmal meinen Rollladen etwas heute runter tun Denn die Sonne ist schon wieder rausgekommen Und die stört mich, weil die hier hinter mich voll hinscheint Hätte ich eine Facecap, dann würdet ihr das sehen Aber ich stelle schon mal die bösartigen Kürbis ein Das sind sieben, ich weiß Aber sieben sind cool Das sind sieben, ich weiß So Beginnen Was zum Geier Oh Gott Ich werde es mal versuchen, das hier an einem Stück aufzunehmen Da habe ich wieder ein paar Folgen Da in den letzten Tagen ja nicht so viel gekommen ist Weil ich einfach am Ich war am Da ich momentan so ein wenig am Ziv-5 spielen bin Weil Ziv-6, weißt du Da ich am Ziv-5 spielen war Und dann am Ziv-2 spielen Und ja Da ist halt das alles so ein bisschen in den Stocken gekommen Aber ich hoffe, ihr könnt mir wie immer verzeihen Einmal fliegen Wer setzt sich denn nicht gerne in den Kaffeepot auf den Kopf also Die Leute, die ihr gerettet habt Oh Nachdem ihr die Kürbisse vernichtet habt, bemerkt ihr eine Gruppe beleidigte Skelette Wir sind Lassen sie von einem Kampf Leider ist unser Monster-Geschäft heutzutage so stark reglementiert, dass man kaum noch davon leben kann Die Tage des freien Die Tage des freien Umherwanderns auf den Hügeln sind vorbei Wir warten nur noch unter dem Bett oder im Schrank und langweilen uns zu Naja, Tode Der Torwächter hat euch bemerkt Er kommt auf euch zu und schaut euch verärgert an Kapiert ihr nicht, dass es Regeln beim Schlangenstehen gibt Kein Schneiden Und kein Kämpfen Wieso sind jetzt die Skelette mit dabei? Hm Ein Brunt wie ich es mag Er sagte kein Kämpfen Hat er? Entschuldigung, mein Fehler Jetzt bleibt keiner mehr ordnungsgemäß aufgereiht stehen Nach Anderdorf Na so, wir müssen herausfinden, wie man einen Unterschlupf in dieser Welt findet und überlebt Wir können Warum können wir nicht einfach nach Papierwelt zurück? Wisst ihr nicht mehr? Wir haben zu viel Angst, um durch den Riss zu gehen Stimmt Als ihr neben dem Riss auf einer hohen Klippe steht, könnt ihr in der Ferne ein Dorf sehen Wie praktisch! Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie man dieses Riss-Ding schließt Helft uns, in dieser fremden Welt einen Unterschlupf zu finden Auf nach Anderdorf Oh, Kürbisse und Friedhof und sowas Und ihr müsst natürlich bedenken, das ist ein Halloween-DLC Dingens Warum auch immer Dingens? Aber, naja Jedoch schreitet einen dunklen Wald und erreicht ein gemütlich aussehendes Dorf Ein übel Kobold springt aus dem Gebüsch und hält euch auf Gemütliche Gemütliches Dorf Ungemütliche Begrüßung Kobold Habt ihr Gold gesagt? Habt ihr Gold gesagt? Gebt's her! Da hat noch etwas Eisen 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 aus Gold zeigt er Tod dem Kobold Das hat ihm erst Schmeiz aus den Ohren geschlagen Äh, geschüttelt Vielleicht eher Erste Hilfe als Hörhilfe Kampftransparenter Beutelzug Rotze Ne Ne Transparenter Das Dorf Das Dorf Das Dorf sieht aus wie ein Halloween Äh, bisschen abseits des Zor, oder? Ich habe dieses Abenteuer kurz vor Halloween entworfen Konnte es aber nicht rechtzeitig abschließen Und ganz nebenbei seid ihr an den Halloween Traditionen eures Landes voreingenommen Ähm, schon recht, es war eben viel zu tun Ihr seht den Dorf Ältesten Wie er euch grüßend entgegenkommt Nein, ich bin Äh, ich bin hier der Birk Der Dorf Älteste ist gerade nicht hier Willkommen im anderen Dorf Der Oase des Überflusses Der sichere Hafen mitten im Terror von Anderwelt Genießt die Annehmlichkeiten unseres Dorfes Aber habt Acht Es gibt hier immer wieder Monsterüberfälle Wo wir gerade davon sprechen Und schon überfallen die Monster das Dorf Und sterben bei dem Versuch Oha, ich habe gerade einen ziemlichen Frame-Einbruch Vor allem bei Nights of Granite Paper Das geht jetzt doch gar nicht So, was kann es nicht geben? Wer braucht Abenteurer bei solch einem sicheren Hafen? Wie ich sagte Genießt die Annehmlichkeiten unseres Dorfes Und der sichere Hafen ist sicher für den Moment Bösartiger Kürbis Rotze, bösartiger Kürbis Können wir nicht den Dorf Ältesten treffen? Ähm, können wir nicht den Dorf Ältesten treffen? Tut mir leid Er ist auf Besuch bei James Makepeace Okay Um sich Rat zu holen Wie unser Dorf friedlich und heimelig bleiben kann Die Schlange an Monstern hat den tatsächlichen Ablauf Wie im Dorf stark verändert Das ist wahr Meine beste Kellnerin ist verschwunden Als sie in den Wald ging Um diesen Pilz zu finden Kurz danach ist der Äh, ist der einzige Zauberer dieses Dorfes verschwunden Könnt ihr uns sagen, woher der Riss kam und wer die Monster Army herbeigerufen hat? Natürlich, das war der Böse Oh nein, Monster kommen über die Maiswälder herein Töte fünf bösartige Kürbisse Okay Urplötzlich tauchten fünf bösartige Kürbisse auf Und wollten nur so dahin geschlachtet werden What? Träte Nummer Ja Du 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 Victory eine Knarzoffel Knarzoffel Zauberer und Kellnerinnen beim Pilzesammeln ist nicht gerade ein Grund zur Panik zeigt uns die Quelle des Bösen ein Kampf einsatz Kontakte knüpfen ist hier ganz schön harte Arbeit also Maislabyrinth manche behaupten dass Monster aus dem Maislabyrinth sei diese Wurzel allen übel ist es hat wahrscheinlich den Riss erzeugt und die Monster herbeigerufen warum zünden wir nicht das ganze Feld an und feiern eine Popcorn Party bitte denkt daran dass Maisfelder die Hauptgölle für Proteine sind in dieser Gegend Astralbraten sind nicht sehr vitaminreich und sowieso schon gar keine Ernährung nun das wäre schlechtes Karma machen wir es lieber heldenhaft sei jetzt zum Maislabyrinth oh das sieht aber super aus tötet ein schwarzer Zauberer in einer Domäne schlachten das wird euch von eurem Popcorn etwas ablenken und es ist ein Dungeon der Eingang des Labyrinths ist bewacht war zu erwarten natürlich von bösen Kürbissen die ähm nicht ganz innerhalb der Saison sind da wir jetzt Winter haben und kein ähm Dingens verdammt Halloween genau das war das Wort was ich gesucht habe Spinnenwebschatten ok gehen wir mal da hin oh eine Falle um ganz Raum zu gelangen müsst ihr in eine Feuerwand springen jaaa juhu warum auch immer ich das sage ihr seht ihr seht auf dieser kleinen Lichtung ein erkaltetes Lagerfeuer und ein Haufen Maiskolben der perfekte Ort für eine Rast für die ihr gerade überhaupt keine Zeit habt ich hätte da ein paar Geistergeschichten auf Lager die sehr gut zu gerösteten Marshmallows passen vielleicht ein anderes Mal auf 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 zum nächsten Punkt ein Mann kreist umher der mit einem geheimnisvollen Gerät in der Luft herumwedelt sieht er bösartig aus rollt einen wie 20 sieht harmlos aus aber beschäftigt Doktor oha ihr wisst wie man sie jagt hab euch gesehen zapp 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 Geister grün violett rot alle böse jagt sie alle säuber das Labyrinth mit einem mit einem mit einem Untertitelung des ZDF, 2020